Willkommen hier in der Eifel, genauer in Gerolstein am Vulkanring. Wir sind hier im Werk, wo das beste Wasser der Welt abgefüllt wird, Mineralwasser. Und heute ist unser Handelschöns-Club-Verlosungsgewinner Manchai Batia dabei. Und ja, wir sind gespannt. Wir werden ein bisschen zusammenlaufen und uns dann noch anschauen, wie hier das Wasser abgefüllt wird. Es ist echt herrlich hier. Wir haben echt Glück mit dem Wetter gehabt, dass es nicht geregnet hat. Ja, das Training mit euch war echt super. Es hat mir echt sehr gut gefallen. Es sind nochmal viele hilfreiche Tipps bekommen. Und dann gleichzeitig mit dem Humpen alles stabil bleibt. Auch wegen dem Stretchen. Manchai, wie hat es dir hier gefallen bei Gerald Steiner? Sehr gut. Es war eine super Führung. Ein sehr schöner Einblick. Und sehr viel Wissenswertes, Neues, Erfahren, was ich noch nicht wusste. Die Stückzahlen. Die sind unglaublich. Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, wünsche mir dir viel Erfolg für Sonntag, für Hamburg. Dass es dort so Wetter ist wie jetzt gerade und noch ein bisschen weniger Wind. Und dann, ja, lass es krachen am Sonntag. Und dann, ja, lass es dir viel Spaß machen. Und dann, ja, lass es dir viel Spaß machen. Und dann, ja, lass es dir viel Spaß machen. Und dann, ja, lass es dir viel Spaß machen. Und dann, ja, lass es dir viel Spaß machen. Und dann, ja, lass es dir viel Spaß machen. Und dann, ja, lass es dir viel Spaß machen. Und dann, ja, lass es dir viel Spaß machen. Und dann, ja, lass es dir viel Spaß machen. Und dann, ja, lass es dir viel Spaß machen. Und dann, ja, lass es dir viel Spaß machen. Untertitelung des ZDF, 2020